Ich seh mir jeden von euch an und erkenne die Spuren dieses langen und schrecklichen Krieges. Wenn wir heute Nacht sterben, dann stirbt die Menschheit mit uns. Terminator Genesis ist ein kooperatives, taktisches Brettspiel für ein bis vier Widerstandskämpfer. Baut das modulare Spielbrett auf und wählt eure Widerstandskämpfer, ehe ihr euch den Terminatoren in einem Kampf auf Leben und Tod gegenüberstellt. Ordnet eure Würfel euren Fähigkeiten, Waffen und Begegnungen zu und macht euch auf zum nächsten Wegpunkt, ohne von den Maschinen überrannt zu werden. Ich komme wieder. Was? Unterstützt Terminator Genesis noch heute in der Spieleschmiede und schließt euch dem Widerstand an. Ich habe mich entgeschüttet, um dich zu retten. Vor dem Terminator... ... ...